Der Bäcker fliegt halb sieben, unheilnimmt einen Lauf. Der Große muss zur ersten Stunde los, steh auf und mach leise, das nicht gleich. Der Mittlere aufwacht, der kann noch schlafen, rungs, die erste Türe kracht. Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies ist die Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. Ich setz sie auf den Topf, sie ist ganz rot vor Wut. Ich schmier dem Großen schnell ein Pausenbrot, mach's gut, vergiss den Tonbeutel nicht. Der Mittlere kommt, Mann, lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh die Puschen an. Ich seh noch zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht, da hat die Kleine ihren Topf Sandinhalt umgedreht. Und stürzt sich auf mich mit einem Freudenschrei, aller guten Dinge sind ein. Ich hab den Mittleren zur Schule gebracht und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. Ist es die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch krank, die Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an. Unterledigt während eines kurzen Telefonnarts, durchzerreißen die gesamte Post des Vormonats. Der Große kommt nach Haus und macht ein langes Gesicht, alle Kumpels am Computer, nur er wieder nicht. Die Kleine pinkelt auf den Teppich, oh, die bringt mich noch ins Grab. Vorher hol ich schnell den Mittleren von der Schule ab. Dann gibt's Mittag und Streit, wer's erste Fischstäbchen kriegt, bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. Die Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei, alle guten Dinge sind drei. Ich nötige sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätte ich etwas Zeit. Der Große beichtet mir seine Geschichtsarbeit und jetzt hat er drei Chaoten zum Spielen bestellt. Nicht so laut, doch als der erste Stuhl umfällt, ist die Kleine wach, der Mittlere schluckt's nicht weg. Ich soll zum Kindergeburtstag und hab noch kein Geschenk. Die Kleine steckt sich erstmal eine Erbse ins Ohr, der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. Ich kauf schnell ein Geschenk und geb den Mittleren ab. Komm, schweißgebadet raus, ich glaub, ich mach er schlapp. Der Autoschlüssel weg, wie komm ich jetzt nach Haus? Nur wieder will ich, spuckt die Kleine ihn dann doch noch aus. Ein Nachbar grüßt, na, sie haben wohl immer frei. Aller guten Dinge sind drei. Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein. Die Kleine rollt sich gleich mit hohen Spitzenschrein in einen Vorhang ein zu einem dicken Ballen und lässt sich samt Gardine auf den Boden fallen. Beim großen Dröntoren betäubende Musik. Ey, Alter, bleib ganz cool, ich übe Mathematik. Der Mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord. Im Negerkuss wird essen und er übergibt sich sofort. Der Große und die Kleine kriegen ne Stolle aufs Brett. Der Negerkuss wird essen, eine Schüssel vors Bett. Zwei Einschlafgeschichten bei jedem von den dreien. Ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. Ich schlepp mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei. Aller guten Dinge sind drei. Meine Frau lächelt mir zu, na, überleg es dir. Vielleicht sind alle guten Dinge ja auch... Ich breche zusammen, nein, es bleibt dabei. Aller guten Dinge sind drei. Am besten wäre es, die Kinder blieben klein, sagt Erich Kästner. Und manchmal wünschte ich mir, dass ich die Zeit mit ihnen festhalten könnte. Aber sie geht in sieben Meilenstiefeln dahin. Aber um wenigstens einige von ihren Aussprüchen, von ihren Zitaten festzuhalten, hat meine Frau Tagebücher angelegt, die ich mitgebracht habe. Und was denen ich Ihnen ein bisschen was vorlesen möchte, das fängt an mit Vektoria Luise May alias Lulu. Lulu zehn Monate. Lulu Schuhe gekauft, Größe 18. Der fünfte Zahn kommt. Sie singt und tanzt und hat den Rhythmus im Blut. Zieht sich gern aus und läuft nackt herum. Zwei Jahre. Lulu sticht mit einem Plastikritterschwert auf eine am Boden liegende Puppe ein. Da, totgeschlagen. Sie bemalt Türen, Wände, Laken. Alle Warnungen nützen nichts. Lulu zweieinhalb Jahre. Mit ihr auf dem Friedhof gewesen. Illi und Gerhard besuchen. Zu Hause berichtet sie den Brüdern enttäuscht. Sie waren aber nicht da. Dann haben wir das Register von Frederik. Das ist schon etwas länger. Da ist mehr zusammengekommen in den Jahren. Er ist drei Jahre alt. Eine Nachbarin hält Frederik eine Süßigkeit hin. Na, wie heißt das Zauberwort? fragt sie und erwartet natürlich bitte. Frederik aber antwortet ungerührt, Hokuspokus, Fidibus. Bei dem nächsten zeigt sich, dass Frederik der Sohn eines begeisterten Fliegers ist. Im Kindergarten hängt neuerdings ein Poster vom Papst im roten Mantel. Die Kindergärtnerin fragt ihn, weißt du denn, wer das ist? Frederik, na klar, der rote Baron. Dann haben wir noch ein bisschen was von Maximilian. Er ist sieben Monate alt und weigert sich standhaft seine Flasche zu trinken. Das ist bereits bezeichnend für seinen sehr eigenwilligen Charakter. Nach anderthalb Jahren macht er in der winzigen Ferienwohnung auf Baltrum seine ersten Schritte. Er ist fasziniert vom Meer, spricht Mama, Papa, Wasser, Banane, Auto und Flugzeug. Und gibt sowohl Auto- wie auch Flugzeugmotorengeräusche von sich. Siebte, Achter, er ist anderthalb Jahre alt, hingefallen, Zähnchen angeschlagen. Dreiundzwanzigste, Achter, wieder hingefallen, anderes Zähnchen angeschlagen. Auf die Frage, Max, wollen wir uns küssen, antwortet er, nee. Max knapp zwei Jahre, bislang hat er nur Nein gesagt. Jetzt kommt manchmal auch ein Ja. Max zwei Jahre, er spielt im Wohnzimmer. Plötzlich erschüttert ein ohrenbetäubender Überschallknall das Haus. Max, was hat denn Frederik jetzt wieder angerichtet? Max drei Jahre, er sieht zwei Polizisten mit einem Schäferhund an der Leine. Papa, haben die Polizisten den Hund verhaftet? Max fünf Jahre, 28.01.87, Max Kinderbett abgebaut und in den Keller gebracht. Die Zeit mit Ihnen geht hin wie in sieben Meilenstiefeln und ich glaube, die allerschwerste Lektion, die ich mit Ihnen zu lernen habe, ist die Lektion, die Kinder gehen zu lassen. Und ich übe schon langsam daran. Franz Werfel, Elternlied Kinder laufen fort, lang her kann's noch gar nicht sein, kamen sie zur Tür herein, saßen zwistiglich vereint alle um den Tisch. Kinder laufen fort und es ist schon lange her, schlechtes Zeugnis kommt nicht mehr. Stunden Ärgers, Stunden schwer, Scharlach, Diphterie, Kinder laufen fort. Söhne hangen Frauen an, Töchter haben ihren Mann, Briefe kommen, dann und wann nur auf einen Sprung. Kinder laufen fort, etwas nehmen sie doch mit. Wir sind ärmer, sie sind quitt. Und die Uhr geht Schritt für Schritt um den leeren Tisch. Manchmal, wenn ich zweifle, wenn es mir schwerfällt, den Sinn zu erkennen. Aber wenn ich erkenne, was ich alles falsch mache und wie immer man es mit Kindern macht, man macht es immer falsch, dann tröste ich mich mit dem Gedanken, dass ich mir sage, ich versuche wenigstens, es mit Liebe so gut wie möglich falsch zu machen. Und dann finde ich Unterstützung in dem Ausspruch, den man Martin Luther zuschreibt. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Ich danke. Ich danke Ihnen, dass Sie diesen Abend, diese Stunde, dass Sie Lieder und Gedanken mit mir geteilt haben.